Lightroom ist mit einem neuen Update draußen und zwar Gradationskurven für Masken. Das klingt am Anfang vielleicht gar nicht so toll und so neu, aber ich zeige dir in diesem Video, was man damit machen kann und ich glaube danach denkst du darüber ganz anders. Viel Spaß! Es gibt eine richtig tolle Neuerung noch in Lightroom, die ich euch auch noch zeigen möchte und zwar ist es jetzt in der Maskenfunktion gibt es endlich die Gradationskurven und ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich darüber freue. Ich möchte dir heute in diesem Video mal zeigen, was das eigentlich für ein Gamechanger ist, weil ich glaube die meisten denken sich so, ja okay, dann kann ich jetzt halt ein paar Gradationskurven, kann ich noch ein bisschen heller und dunkler machen, kann ich da halt einfach ein bisschen was noch verändern, aber das Ding ist richtig mächtig, diese Gradationskurve und das möchte ich dir in Verbindung mit den Masken mal zeigen, weil das tatsächlich wirklich für mich zumindest ein absoluter Gamechanger ist. Ich werde jetzt hier mal ganz kurz das Bild so ein bisschen bearbeiten, Tiefen ein bisschen rauf, Lichter ein bisschen runter, soll eigentlich schon ausreichen. Und jetzt gucken wir mal, gehen wir schon mal in die Masken rein und ich werde als erstes einfach mal den Himmel auswählen, bisher Himmel bearbeitet, wir können jetzt hier die Belichtung ein bisschen runtersetzen, so machen wir also mal eine knappe Blende weiter runter. Das Ganze könnte ich jetzt zum Beispiel schneiden mit gedrückter Optionstaste, kann ich eine Schnittmenge bilden und könnte sagen, ich möchte da einen linearen Verlauf noch draus machen, den ziehe ich jetzt einmal von oben nach unten runter und dann habe ich halt wirklich einen linearen Verlauf in dem Himmel drin, aber halt nicht in dem Felsen hier auf der rechten Seite. So, das kannte man bisher. Jetzt gucken wir uns mal den Himmel von der Farbe so ein bisschen an und ich stelle fest, ja, also das hier oben, das ist ja nicht so ein richtiges Blau, es könnte ein bisschen bläulicher sein und die einzige Möglichkeit, die wir jetzt bisher hatten, war, dass ich sage, ich könnte jetzt die Farbtemperatur hier so ein bisschen ins Bläuliche ziehen, ein bisschen kühler machen und dann kriegen wir hier so ein bisschen bläuliche Farbe rein. Oder ich kann hier mit der Farbe arbeiten, dann wird aber das gesamte Bild irgendwie bläulicher und das Tolle ist jetzt einfach, ich kann mir das mit der Maske hier auswählen, also auch wirklich nur die bläulichen Farben und kann dann wirklich mit der Gradationskurve, die wir hier unten haben, in den verschiedenen Farbkanälen arbeiten. Ich zeige dir das einfach mal. Ich werde eine neue Maske erstellen. Ich werde wieder den Himmel auswählen und jetzt kann ich hier mit Gerüte, Options- oder Alt-Taste wieder die Schnittmenge bilden und diesmal wähle ich Farbbereich. Und jetzt habe ich hier eine Pipette. Ich werde jetzt hier die Überlagerung mal kurz ausblenden, damit ich mit der Pipette hier einmal den Farbbereich auswählen kann, den ich haben möchte. Und zwar nehme ich hier oben einfach dieses bläuliche, ja, so leicht lilafarbene. Und jetzt wirst du gleich sehen, wenn ich jetzt die Überblendung gleich wieder anzeige oder die Überlagerung wieder anmache, dann wirst du gleich sehen, dass jetzt diese Himmelsmaske sich dementsprechend verändert hat. Das heißt, alles hier von der Sonne, dieses sehr Warme ist jetzt hier nicht mehr enthalten. Also wir haben jetzt hier wirklich den Himmel oben drüber, aber nicht mehr die Sonne. So, perfekt. Und was ich jetzt machen kann, ich nehme jetzt nicht die Temperatur, die Farbtemperatur hier, sondern ich gehe in die Gradationskurve und jetzt könnte ich hier im RGB-Kanal arbeiten, da kann ich halt die Helligkeiten verstellen, aber das konnte ich halt vorher hier oben auch mit Lichtern, Tiefen, Schatten und so weiter. Ich kann aber in die einzelnen Farbkanäle reingehen, könnte jetzt hier in den Blaukanal reingehen und sagen, ich möchte jetzt hier den Blaukanal ein bisschen anheben in den Mitteltönen und bumm, ich kriege auf einmal hier in den bläulichen Tönen mehr Blau rein. Und dann kann ich hier noch reingehen, zum Beispiel in den Grünkanal, weil mir das Ganze jetzt hier ein bisschen Magenta-lastig ist, nehme ich ein bisschen Magenta raus, bringe ein bisschen Grün mit dazu und schon hat das hier einen richtig schönen, saftigen, blauen Look, dieser Himmel. Das gefällt mir richtig gut. Und ich hoffe, dass du jetzt siehst, was ich damit eigentlich meine, was jetzt hier auf einmal möglich ist. Also das ist richtig, richtig cool, was wir hier auf einmal machen können. Wir können jetzt nicht nur mit Helligkeiten arbeiten, sondern wir können auch wirklich in den Masken mit Farben arbeiten. Wir können Farbmanipulationen an bestimmten Stellen des Bildes vornehmen. Und zwar über Luminanzmasken, über Farbbereiche. Wir können alles machen. Das, wozu man früher Photoshop brauchte, ich habe einen kompletten Videokurs gemacht, Photoshop für Fotografen Teil 2, da geht es um Luminanzmasken. Genau sowas haben wir dort gemacht. Das ging bisher in Lightroom gar nicht. Und jetzt plötzlich geht es. Und das ist richtig cool. Wir können auch hier den Vordergrund noch mal so ein bisschen bearbeiten. Also ich könnte jetzt hier zum Beispiel diese Strahlen, diese Sonnenstrahlen oder beziehungsweise das Licht, was hier auf die Berge fällt von der Sonne, das könnte man auch noch mal so ein bisschen herausarbeiten. Jetzt ist es halt so, ich habe ja, ich habe jetzt hier keine KI-Maske, wo ich den Vordergrund auswählen kann. Ich kann nur den Himmel auswählen, aber ich kann ja den Himmel als Maske erstellen und diese Maske einfach umkehren und schon habe ich hier den Vordergrund ausgewählt. Also kein Problem. So, und jetzt sage ich, ich möchte das Ganze nur in den hellen Bildbereichen haben. Dann habe ich jetzt das hier auf den Bergen, ich habe das hier so ein bisschen die Spiegelung im Wasser drin und die kann ich dann auch wieder super herausarbeiten. Diesmal nehme ich also wieder mit gedrückter Optionstaste oder Alt-Taste die Schnittmenge und nehme diesmal aber keinen Farbbereich, sondern einen Luminanzbereich. Diesen Luminanzbereich, den kann ich jetzt hier oben, wenn ich einmal hochscrolle, noch auswählen. Da werde ich die dunklen Bildbereiche mal ausklammern und wirklich nur die hellen Bildbereiche nehmen. Vielleicht auch ein bisschen was von den ganz hellen Bildbereichen schließe ich jetzt auch mal aus. Und dann hat man jetzt hier wirklich schön im Vordergrund quasi das, was die Sonne alles anstrahlt. Und was wir jetzt machen können, wir können wieder nach unten gehen und ich werde als erstes Mal in der Gradationskurve an sich das Ganze noch ein bisschen heller machen. Also ich möchte jetzt hier noch ein bisschen mehr Punch drin haben und jetzt siehst du schon, wie diese Bereiche hier ein bisschen heller gemacht werden. Sehr schön. Vielleicht noch ein bisschen heller. Können wir ein bisschen übertreiben. Ein bisschen Punch hier noch reinbringen. Das sieht aber schon mal ganz gut aus. So, und jetzt könnte ich die Farben noch verändern. Ich könnte zum Beispiel in den Rotkanal reingehen, ein bisschen Rot hinzufügen. Machen wir das Ganze mal ein bisschen rötlicher. Und ich könnte in den Blau-Kanal reingehen und zum Beispiel hier noch ein bisschen das Blau rausnehmen und dafür ein bisschen Gelb wieder reinbringen. Zack. Muss man sehr aufpassen. Darf nicht zu doll werden. Man sieht es jetzt hier schon. Das Rote ist jetzt ein bisschen doll geworden. Muss man immer aufpassen, dass man es nicht zu doll macht. Aber so ein kleines bisschen einfach können wir das Ganze damit richtig schön verstärken. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich zeige jetzt einfach mal kurzes Vorher-Nachher. So sah das Bild vorher aus. Und so sieht es jetzt aus. Mit drei Masken und einfach nur Tiefen ein bisschen hochgestellt, Lichter ein bisschen runtergestellt. Und ansonsten viel halt mit der Gradationskurve gearbeitet. Ich würde mir übrigens wünschen, dass man die Kalibrierung hier unten, dass man die auch als Maskierung nutzen könnte. Das wäre so der nächste Schritt. Also Adobe, falls ihr doch zuschaut, das wäre das Nächste, was ihr bitte in die Maskenfunktion mit einbauen solltet. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wie gesagt, du kannst gerne natürlich einen Daumen nach oben geben und schreib in die Kommentare, ob du diese neue Funktion jetzt selber nutzen wirst und wie du sie natürlich auch findest. Ansonsten abonniere den Kanal für weitere Videos und schau mal auf meinem Online-Store vorbei, wenn du Lightroom lernen willst. Es gibt dort insgesamt drei Videokurse zum Thema Lightroom. Für Anfänger, für Fortgeschrittene und für Profis. Also für jeden war es mit dabei. Ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.